Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Neben den Kommandos div, div3, com, cmp und so weiter, in der Kommandozeile gibt es noch das grafische Programm meld, um Dateien zu vergleichen. Die Installation erfolgt über den herkömmlichen Paketmanager oder per Terminal. So gibt man zum Beispiel bei Fedora den Befehl su-c-yum-meld ein. Dann Enter, Passwort eingeben und warten, bis das Paket installiert ist. Das ist hier schon der Fall. Und dann findet man das Programm unter der Kategorie Entwicklung. Einfach draufklicken und jetzt kann man Dateien vergleichen, zwei oder auch drei. Datei, Neu, Drei-Wege-Vergleich und jetzt einfach die Dateien markieren und öffnen. A, B und C und dann mit OK bestätigen. Ciao und viel Glück. Und dann wird das Programmierer, 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 das Programmier Vielen Dank.